Kannst du bis zehn zählen? Natürlich, bis zehn zu zählen ist einfach. Kannst du bis zehn zählen? Natürlich, bis zehn zu zählen ist einfach. Hast du einen Computer? Ja, ich brauche ihn für mein Studium. Hast du einen Computer? Ja, ich brauche ihn für mein Studium. Wo ist der Park? Du kannst ihn nicht verfehlen, es ist die grüne Fläche auf der Karte. Wo ist der Park? Du kannst ihn nicht verfehlen, es ist die grüne Fläche auf der Karte. Ist deine Mutter zu Hause? Ja, sie ist gerade nach Hause gekommen. Ist deine Mutter zu Hause? Ja, sie ist gerade nach Hause gekommen. Gehst du zur Schule? Ja, ich habe heute Nachmittag Unterricht. Gehst du zur Schule? Ja, ich habe heute Nachmittag Unterricht. Kann ich eine Serviette haben? Sicher, brauchst du mehr als eine? Kann ich eine Serviette haben? Sicher, brauchst du mehr als eine? Möchtest du Frühstück? Nein, ich habe schon gegessen. Möchtest du Frühstück? Nein, ich habe schon gegessen. Wo ist die Post? Du siehst sie neben der Feuerwache. Wo ist die Post? Du siehst sie neben der Feuerwache. Ist das dein Rucksack? Ja, danke, dass du ihn gefunden hast. Ist das dein Rucksack? Ja, danke, dass du ihn gefunden hast. Welches Datum ist heute? Es ist der letzte Tag im Mai. Welches Datum ist heute? Es ist der letzte Tag im Mai. Lernst du gerade? Nein, ich mache mich gerade fertig, um rauszugehen. Lernst du gerade? Nein, ich mache mich gerade fertig, um rauszugehen. Können wir jetzt essen? Nein, der Ofen ist noch an. Können wir jetzt essen? Nein, der Ofen ist noch an. Brauchst du eine Jacke? Ja, ich möchte keine Erkältung bekommen. Brauchst du eine Jacke? Ja, ich möchte keine Erkältung bekommen. Wo sind deine Eltern? Sie sind einkaufen. Wo sind deine Eltern? Sie sind einkaufen. Ist das der richtige Weg? Ja, du wirst ihn bald sehen. Ist das der richtige Weg? Ja, du wirst ihn bald sehen. Was ist dein Lieblingsspiel? Ich mag Wortspiele wie Kreuzworträtsel. Was ist dein Lieblingsspiel? Ich mag Wortspiele wie Kreuzworträtsel. Hast du Hunger? Nein, ich habe keinen Appetit. Hast du Hunger? Nein, ich habe keinen Appetit. Spielst du Basketball? Nein, ich bin zu klein für Basketball. Spielst du Basketball? Nein, ich bin zu klein für Basketball. Wo hast du geschlafen? Ich musste im Büro schlafen. Wo hast du geschlafen? Ich musste im Büro schlafen. Ist das Buch gut? Ja, es ist eines der besten, die ich gelesen habe. Ist das Buch gut? Ja, es ist eines der besten, die ich gelesen habe. Wie heißt deine Lehrerin? Sie heißt Frau Beker. Wie heißt deine Lehrerin? Sie heißt Frau Beker. Ist dir kalt? Ja, ich habe mich nicht warm genug angezogen. Ist dir kalt? Ja, ich habe mich nicht warm genug angezogen. Kann ich etwas Saft haben? Natürlich, es gibt Apfel- und Orangensaft. Kann ich etwas Saft haben? Natürlich, es gibt Apfel- und Orangensaft. Wo hast du geparkt? Ich habe ein Taxi genommen, also habe ich nicht geparkt. Wo hast du geparkt? Ich habe ein Taxi genommen, also habe ich nicht geparkt. Ist das deine Hausaufgabe? Nein, das sind die Hausaufgaben meiner Schwester. Ist das deine Hausaufgabe? Nein, das sind die Hausaufgaben meiner Schwester. Bist du schon bereit? Nein, ich muss noch meine Schuhe wechseln. Bist du schon bereit? Nein, ich muss noch meine Schuhe wechseln. Kann ich Kaffee trinken? Natürlich, wir haben verschiedene Sorten. Kann ich Kaffee trinken? Natürlich, wir haben verschiedene Sorten. Siehst du das? Ja, was ist das? Siehst du das? Ja, was ist das? Wo ist die Toilette? Auf der anderen Seite der Lobby. Wo ist die Toilette? Auf der anderen Seite der Lobby. Ist es zu weit? Nein, es sind nur ein paar Haltestellen entfernt. Ist es zu weit? Nein, es sind nur ein paar Haltestellen entfernt. Gehst du einkaufen? Ja, möchtest du mitkommen? Gehst du einkaufen? Ja, möchtest du mitkommen? Können wir jetzt gehen? Ja, wir haben lange genug gewartet. Können wir jetzt gehen? Ja, wir haben lange genug gewartet. Kennst du den Weg? Nein, lass uns online nachschauen. Kennst du den Weg? Nein, lass uns online nachschauen. Wo warst du? Im Park mit meinem Hund. Wo warst du? Im Park mit meinem Hund. Ist er dein Freund? Nein, ich habe ihn heute erst kennengelernt. Ist er dein Freund? Nein, ich habe ihn heute erst kennengelernt. Wie ist die Temperatur? Es ist kühle, 32 Grad. Wie ist die Temperatur? Es ist kühle, 32 Grad. Spielst du Fußball? Nein, ich bin heute zu müde zum Spielen. Spielst du Fußball? Nein, ich bin heute zu müde zum Spielen. Kann ich das tragen? Ja, das ist sehr schick. Kann ich das tragen? Ja, das ist sehr schick. Magst du diese Farbe? Nein, ich bevorzuge neutralere Farben. Magst du diese Farbe? Nein, ich bevorzuge neutralere Farben. Wo sind meine Socken? Sie sind in der obersten Schublade. Wo sind meine Socken? Sie sind in der obersten Schublade. Ist sie deine Cousine? Ja, aber wir sind eher wie Geschwister. Ist sie deine Cousine? Ja, aber wir sind eher wie Geschwister. Was ist dein Lieblingsfach? Chemie ist mein Lieblingsfach. Es ist wie Magie. Was ist dein Lieblingsfach? Chemie ist mein Lieblingsfach. Es ist wie Magie. Bist du müde? Überhaupt nicht. Ich bin bereit zu gehen. Bist du müde? Überhaupt nicht. Ich bin bereit zu gehen. Kann ich einen Löffel haben? Natürlich. Brauchst du einen großen oder kleinen? Kann ich einen Löffel haben? Natürlich. Brauchst du einen großen oder kleinen? Hast du eine Schwester? Ja, sie lebt im Ausland. Hast du eine Schwester? Ja, sie lebt im Ausland. Wo ist das nächste Restaurant? Es ist nur wenige Gehminuten entfernt, in der Nähe der Bibliothek. Wo ist das nächste Restaurant? Es ist nur wenige Gehminuten entfernt, in der Nähe der Bibliothek. Bist du dran? Ja, ich bin dran. Bist du dran? Ja, ich bin dran. Wie heißt dein Hund? Mein Hund heißt Lola. Wie heißt dein Hund? Mein Hund heißt Lola. Liest du ein Buch? Nein, ich schaue mir nur ein paar Notizen an. Liest du ein Buch? Nein, ich schaue mir nur ein paar Notizen an. Ich schaue mir nur ein Buch.